Okay, nun aber zu Daniel. Daniel wird uns etwas über Ultradocs vorstellen, wie man Arbeitsprozesse sozusagen automatisieren kann innerhalb der G Suite. Vielen Dank, Daniel, dass du heute da bist und wir sind gespannt, heute deine Lösungen dort kennenzulernen. Danke dir. Ja, vielen Dank auch erstmal für die Einladung natürlich. Und ja, ich bin Daniel Florei aus Hamburg von der wunderschönen Firma Florei Soft. Man ahnt schon, ich bin quasi Mitgründer. Und wir machen schon seit 2008 Apps im Umfeld von Google, also G Suite, wie es heute heißt. Haben angefangen mit einer Lösung, wo man seine Kontakte, die man so in Gmail hat, mit seinen Arbeitskollegen teilen kann, weil das eine Funktion ist, die halt bis heute immer noch nicht in G Suite standardmäßig dabei ist. Was mich wundert, weil ich damals gedacht hätte, das bauen die bestimmt nächsten Monat selber, aber bis heute profitieren wir ein bisschen davon. Dann haben wir eben einen Website-Editor für Google Drive, den wir bereitstellen, kostenlos. Da haben wir auch relativ viele Nutzer, so zwei Millionen ungefähr. Was schon erstaunlich ist dafür, dass man einfach keine Werbung macht. Also es hat sich schon in den vergangenen Zeiten relativ geändert. Also für alle Leute, die sozusagen als Berufswunsch sowas wie nichts mit Menschen zu tun haben, ist es ganz praktisch, dass man halt einfach seine Anwendung auf so ein Marketplace stellen kann und dann eben ohne jegliches Marketing eigentlich zu relativ vielen Nutzern kommen kann. Also es ist immer ein bisschen Glückssache. Wir haben auch ein Produkt gehabt, wo wir sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Das ist quasi nichts geworden. Das haben wir dann halt irgendwann wieder im Sande verlaufen lassen. Das ist, naja, manchmal im Vorwege schwer zu ahnen. Heute wollen wir uns aber hauptsächlich auf unsere Haupt-App Ultradox konzentrieren, die wir jetzt auch schon seit Längerem am Start haben. Okay, diese Kunden zum Beispiel, auch ganz interessant, kenne ich selber alle nicht. Das war jetzt eine rein zufällige Auswahl. Wir haben auch ein Reseller-Programm, wo eben Google-Partner dann unsere Apps an ihre Kunden wiederum weiterverkaufen können. Jetzt aber zu dem eigentlichen Produkt. Also die Grundidee ist, dass wir halt eben Leuten, die auch keine oder wenig Programmiererfahrung haben, die Möglichkeit bieten wollen, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren. Also im Idealfalle halt Leute aus den Fachabteilungen, dass die in der Lage sind, eben bestimmte Prozesse, die sie halt immer händisch machen, dann eben zu vereinfachen. Dazu haben wir verschiedene Bausteine in einem Produkt zusammengefasst. Einmal eine sogenannte Workflow-Engine. Das heißt, da wird der Ablauf von meiner Automation festgelegt. Letztendlich programmiert man dann natürlich wieder. Das darf man halt nur keinem erzählen sozusagen. Dann denken alles ist halt einfacher. Also solange man halt kein Code sieht, sondern nur irgendwelche Bausteine, dann haben die Leute halt wesentlich weniger Angst, sich überhaupt mit sowas wie Automation zu beschäftigen. Das ist sozusagen der Teil Workflow-Engine. Dann gibt es einen Teil Dokumenten-Automation. Das war eigentlich ursprünglich der Kern von dem Produkt. Das heißt, in vielen Prozessen in Firmen hat man ja immer noch das Phänomen, man will am Ende eigentlich irgendwelche Art von Dokumente erzeugen. Sei es jetzt PDF-Word oder LibreOffice oder Google Docs-Dokumente oder aber auch E-Mails oder Webseiten. Letztlich will man ja am Ende irgendwas sehen von dem, was man gemacht hat. Dann gibt es einen Form-Designer, mit dem ich ähnlich wie bei Google Forms mir eben Formulare zusammenklickern kann. Das ist dann letztendlich auch gleichzeitig das Benutzer-Interface, falls man eine App oder einen Prozess hat, wo der Benutzer eben auch mit interagieren soll. Generell kann man unterscheiden zwischen sowas, was wir Automation nennen. Das sind einfach Prozesse, die laufen im Hintergrund ab. Sowas wie, ich will wöchentlich meinetwegen einen Report an alle Mitarbeiter rausschicken. Oder es kann eben Apps geben, wie wir es nennen, die dann halt eben auch eine Benutzer-Interaktion erfordern. Das heißt, da füllt man dann vielleicht ein oder mehrere Formulare aus und am Ende rattert irgendwas los. Und als letzter Teil haben wir eben über unsere API-Integration die Möglichkeit, verschiedenste Services anzubinden. Also standardmäßig haben wir natürlich die meisten Google-Services als Bausteine vorbereitet. Wenn jetzt aber irgendeine Firma einen eigenen Service anbietet und denen ansprechen möchte, gibt es da die Möglichkeit, eben sogenannte API-Definitionen zu importieren und dann eben diese Bausteine zu bekommen. Ja, wenn ich Formulare gestalte, sieht das hier so ein bisschen aus wie Google Forms. Also links ziehe ich mir aus bestimmten Formularfeldern mein Formular zusammen. Rechts sieht man dann, wie das aussieht, wenn ich das dann als Anwendung starte. Im Gegensatz zu Google Forms haben wir halt auch noch einige zusätzliche Formularfelder, zum Beispiel sowas wie Unterschriftsfeld, was praktisch ist, wenn man sowas wie Verträge erzeugen will mit Signatur. Es gibt auch sowas wie Mehrfachfelder, dass man halt sagt, ich möchte jetzt eine Liste von XY eingeben. Das geht bei Google Forms alles nicht. Zweiter Punkt ist eben dieses Dokumenten-Automationsteil. Da habe ich die Möglichkeit, entweder mit Google Docs, was am einfachsten ist, oder mit LibreOffice oder Word, wenn ich halt kompliziertere Dokumente brauche, Vorlagen zu erstellen. Und in diesen Vorlagen gibt es dann diese kryptischen Dinger, die immer mit Dollar geschweifte Klammer anfangen und wo man dann halt eben an den Stellen bestimmte Variablen oder auch Bedingungen oder Schleifen in dieses Dokument selber reinschreiben kann. Generell vielleicht noch ganz kurz dieses Thema Dokumenten-Automation ist immer relativ kompliziert, weil man hat meistens den Fall, es wollen Leute an dem Layout von dem Dokument rumfummeln oder auch die Texte verändern können, ohne dass man halt gleich irgendwie einen Programmierer braucht. Und gleichzeitig will man aber auch bestimmte Logiken in dem Dokument haben, dass man sagt, ich habe jetzt bestimmte Textblöcke in irgendwelchen Verträgen, die sollen halt nur eingeblendet werden, wenn XY. Und das sozusagen unter einen Hut zu kriegen, ist halt relativ schwierig. Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen, die Dokumente sind immer noch für Normalsterbliche zu bearbeiten und gleichzeitig kann man halt relativ viele Sachen damit umsetzen. Hier sieht man jetzt den Programmeditor selber. Das ist sozusagen jetzt als Beispiel für dieses Thema Workflow. Man sieht, man hat halt so Bausteine, die werden da Reihe nach eigentlich von oben nach unten ausgeführt. Ich kann aber eben auch in diesem Prozess dann so Bedingungen haben, dass man sagt, nur wenn dies, dann das. Oder ich kann auch Schleifen haben, das können wir uns vielleicht später auch noch angucken. Dieses Thema API-Integration, hier sieht man zum Beispiel sämtliche Google-APIs, die es so gibt, haben wir als optionale Blöcke eben auch zur Verfügung, weil die eben auch so eine API-Beschreibung für alle ihre Dienste zur Verfügung stellen. Damit generiert Google dann auch ihre eigenen Client-SDKs. Was weiß ich, wenn ich jetzt JavaScript-Entwickler bin oder Java-Entwickler, dann kann man halt, gibt es ja für alles so eine Bibliothek und die gleichen Daten dieser Schnittstellenbeschreibung nutzen wir, um selber auch das einzubinden. Okay, noch ein ganz kurzer Vergleich. Wir haben ja eben gesehen App-Script, wo man halt wirklich dann so einen Code-Editor hat. Da muss man dann halt angstfrei seinen JavaScript-Code rein tippern. Dann gibt es von Google sowas wie App-Maker, wo die halt das bewerben mit Low-Code. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, sich Oberflächen zusammenzuklickern, kommt aber eigentlich nicht zum Ziel, ohne dass man irgendwie auch weiß, was man tut und seine Code-Schnipsel da rein tippt. Und mit Ultradox hat man eben die Möglichkeit, so einen gewissen Punkt auch ohne Coding zu erreichen. Natürlich gibt es dann immer so einen Punkt, wo man sieht, ah, ich möchte jetzt aber irgendwie doch noch was Besonderes machen. Da haben wir dann eben auch die Möglichkeit, dass man JavaScript oder auch Google-App-Script nutzt, um dann eigene Bausteine sich zusammenzustellen. Ich habe mal kurz eine Frage zu dem Dokument. Wird das syntaktisch überprüft? Wie findet das statt? Das können wir uns gleich nochmal angucken. Also vielleicht, ich meine, ich kann es nochmal kurz was dazu erzählen. Bei dem Ding hier? Also normalerweise fängt man ja an, ich habe halt mein statisches Google-Dokument meinetwegen und dann möchte ich an bestimmten Stellen diese Platzhalter einfügen. Und wenn man jetzt Ultradox installiert vom Google Apps Marketplace, dann werden automatisch bestimmte Add-ons auch für Google Docs dazu installiert. Das heißt, ich kann dann eben, ich sehe dann auf der rechten Seite, welche Felder habe ich überhaupt und wenn ich die einfüge, bekomme ich eben eine Auswahl aller Formatierungsmöglichkeiten. Achso, wenn ich das rüberziehe, dann wird die Syntax da generiert. Ja, genau. Das können wir uns auch noch angucken, aber wir müssen einfach mal sehen, was wir jetzt in der Zeit machen wollen. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal direkt hier, wenn man es sieht, hier hin. Also was man sieht, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen winzig ist, aber egal. Wenn man sich jetzt Ultradox installiert vom Google Apps Marketplace, bekommt man hier jetzt so ein neues File-Icon. Das ist halt bei Google eigentlich auch ganz nett gemacht, dass man eben seine eigenen Programme genauso in Google Drive einklinken kann, wie die vorhandenen Google-Programme. Das heißt, ich kann jetzt auch hier über dieses New-Menü in Google Drive mir direkt ein neues Projekt anlegen, kann aber jetzt auch hier ein vorhandenes direkt öffnen. Tut sich da irgendwas? Okay, ist jetzt halt ein bisschen winzig, aber ich versuche trotzdem mal hier jetzt zu erklären, was passiert. Also ich habe jetzt so ein relativ einfaches Beispiel, Beispiel, woran ich mal so die verschiedenen Bausteine jetzt zeigen will. Das heißt, der erste Baustein, den wir hier sehen, ist jetzt so ein Formular. Da sehen wir jetzt schon im Prinzip diesen Formular-Editor, von dem ich gesprochen habe. Hier gibt es verschiedenste Feldtypen, die ich dann nehmen kann und in mein Formular reinziehen kann. Ich kann auf so ein bestehendes Feld klicken, dann sehe ich, wie das Feld konfiguriert ist. Das sieht ein bisschen komplizierter aus als bei Google Forms, wo man ja einfach quasi in der Sicht editiert, in der das auch am Ende der Benutzer sieht. Aber es hat bestimmte Vorteile. Also zum Beispiel sieht man hier, ich habe jetzt bei meiner Auswahlbox diese drei Auswahlmöglichkeiten mit Komma getrennt eingetragen. Das ist natürlich unkomfortabler, als wenn ich das einfach immer Eintipp und Return drücke, wie bei Google Forms. Aber ich habe die Möglichkeit, eben diese Liste an Auswahlmöglichkeiten auch aus irgendwelchen bestehenden Daten zu generieren. Das heißt, die gleiche Syntax, die ich in meinen Dokumenten verwende, um dann halt sowas wie Schleifen oder Bedingungen zu machen, kann ich auch in jedem dieser Felder in Ultradox machen, die halt so blau hinterlegt sind. Das heißt, ich könnte zum Beispiel vorher aus dem Spreadsheet eine Liste von Werten laden und dann ein Formular bauen, wo ich dann eben die geladenen Werte als inner-Dropdown-Box habe. Genau, wenn ich jetzt dieses Formular, wenn jetzt Ultradox dieses Programm hier ausführt, dann würde halt am Anfang dieses Formular angezeigt werden. Und auf der rechten Seite von jedem Baustein sieht man immer, was dann da rauskommt. Da kommen nämlich jetzt dann diese Variablen raus, die in dem Formular befüllt worden sind. Wenn ich jetzt als nächstes dann zum Beispiel ein PDF-Dokument generieren will, kann ich diesen Baustein aus der Seitenleiste, wo ich eben alle verfügbaren Bausteine finde, in meinen Prozess reinziehen und sagen, an dieser Stelle möchte ich jetzt eben ein neues PDF-Dokument generieren und zwar aus einer Vorlage. Die suche ich jetzt hier mal raus, damit ich nicht von Null anfangen muss. Also da könnte ich jetzt auch ein leeres Dokument erzeugen, aber jetzt um Zeit zu sparen, gehe ich einfach mal in eins, was ich vorbereitet habe. Das habe ich jetzt alles, ehrlich gesagt, geklaut von der Präsentation, die ich schon mal gemacht habe, aber so ist das Leben, ist auf Englisch leider. Hier sieht man, wenn man das überhaupt sehen kann, ein Google-Dokument, wo hier oben eben Given Name steht, statt Hallo Daniel würde dann halt eben dort an der Stelle jeweils der Name von dem stehen, was man in das Dokument eingetragen hat, in das Formular eingetragen hat. Hier vielleicht ein bisschen interessanter sieht man, if role gleich developer, dann zeigt er jetzt halt diesen Block bis zu dem dazugehörigen Ende und so habe ich jetzt hier als Beispiel ein PDF-Dokument, wo ich dann halt bestimmte Bausteine ein- und ausblende, abhängig von der Auswahl, die der Benutzer in seinem Formular getroffen hat. Das ist eigentlich immer praktisch, gerade wenn es halt um sowas geht wie Verträge, was weiß ich, also so alle Sachen, wo man Textbausteine zusammenstellen möchte anhand von Kriterien. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Wie komme ich denn hier aus diesem blöden Vollbild-Mode wieder raus? Hä? Kennt sich jemand mit Mac aus? Ich wollte nur diesen Vollbild-Mode hier wieder beenden. Oder ist das R hier? Genau. Dann Wenn ich alt und dort drauf gehe? Ja. Ah, wesentlich besser. Okay. Genau, an dieser Stelle würde jetzt ein PDF-Dokument erzeugt werden. Als nächstes hätte ich jetzt Lust, das Dokument per E-Mail als Attachment zu verschicken. Deswegen nehme ich jetzt hier nochmal ein Google-Dok, wo ich dann allerdings eine HTML-Ausgabe erzeuge. Das heißt, HTML ist gut, wenn man halt Webseiten erzeugen will, kann man aber auch nutzen, um eben formatierte E-Mails zu generieren. In dem Falle nehme ich auch wieder ein vorbereitetes Template. Hier sieht man, vielleicht können wir da einmal reingucken, in den E-Mail-Designer. Also wir haben eben, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Add-ons, die man halt mitbekommt, wenn man sich Ultradox installiert. Und unter anderem eben ein E-Mail-Designer, wo man verschiedene Vorlagen wählen kann als Startpunkt und dann bestimmte Module bekommt, mit denen ich mir hier eine E-Mail zusammenklickern kann. Der Vorteil ist, dass wir dann eben übernehmen, das so aufzubereiten, dass das halt auf dem Handy gut aussieht und auf dem Rechner gut aussieht, was ein bisschen kompliziert ist. Dafür ist man halt in seinen Layout-Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. Also man kann halt nicht alles machen, was mit Google Docs geht, sondern man sollte sich dann halt diese Module zusammenstellen. Was ich jetzt noch hier anzeigen möchte, ist, es gibt die Möglichkeit, angenommen, ich will jetzt in meinem Prozess sagen, ich will in meiner E-Mail die Liste aller Sessions anzeigen, die ich empfehlen würde. Das war jetzt so damals so der Use Case, den ich halt vorbereitet hatte. Ich lade jetzt hier mir einen Daten aus einem Google Sheet. Das habe ich hier auch mal offen. Das heißt, Google Sheet haben wir ja vorhin schon gesehen. Es gibt jetzt hier sozusagen ein Arbeitsblatt, das nennt sich Sessions. Hier sind verschiedene Spalten in diesem Google Sheet. Und ich möchte jetzt aus diesen Zeilen in meiner E-Mail eine Liste eben dieser Sessions für denjenigen generieren, der dieses Formular ausfüllt. Dazu lade ich jetzt eben diesen Google Sheets-Blog rein. Sobald das dann ausgeführt wird, habe ich halt diese Daten zur Verfügung. Hier sieht man, das ist jetzt eine Liste von Werten. Also jede Zeile enthält dann halt eben entsprechende Felder, die so ähnlich heißen wie die Spaltennamen. Ich binde das hier einmal um. Und in diesem E-Mail-Formular, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen die höhere Kunst, aber es ist ganz interessant. Die E-Mail ist sozusagen als Tabelle aufgebaut und hier sieht man halt diese Daten, die ich jetzt ausgebe, sind in so eckigen Klammern. Und das sagt Ultradox, diesen Block, den wiederhole bitte mal für jede Zeile oder für jeden Eintrag in dieser Liste. Normalerweise, wenn ich mir jetzt überlegen würde, wie mache ich denn sowas, dass ich eigentlich so eine Tabelle baue, wo die Spalten für eine Anzahl von Zeilen wiederholt werden soll, dann ist das halt rein von der Syntax ja gar nicht so leicht zu machen, weil wenn man üblicherweise solche For-Each-Schleifen machen würde, würde man das dann um die ganze Tabelle machen, die würde dann insgesamt immer wiederholt werden. Aber um das sozusagen auf Zeilenebene auch für den Benutzer am Ende relativ einfach machbar zu halten, haben wir eben so eine Spezial-Syntax, die nennt sich, ich schreibe das in eckigen Klammern und dann macht Ultradox automatisch für jeden Eintrag dieser Liste, nimmt er das dann so als Blaupause und erzeugt dann eine einzelne Zeile pro Eintrag. Ist das irgendwie nachvollziehbar im Prinzip? Also wir können uns ja gleich mal angucken, was da rauskommt, dann wird das vielleicht ein bisschen klarer. Ich kann, das müsste eigentlich gehen, wenn ich sage, ich gucke hier mal auf Preview, dann wird sozusagen das Programm abgefeuert. Und jetzt sieht man hier unten, ist eben für jede Zeile in diesem Spreadsheet in dieser E-Mail eine eigene Zeile entstanden. Hier sieht man zum Beispiel dieses Foto, da stand ja eben so eine URL auf dem Bild in diesem Spreadsheet. Wir haben eben die Möglichkeit, zu jedem Wert, den wir in so ein Dokument reinhauen, auch noch so einen sogenannten Renderer anzugeben. Der kümmert sich dann darum, in welcher Weise sollen denn diese Daten ausgegeben werden. Also gerade wenn ich sowas habe wie Währungen, Datumsgeschichten, dann ist es immer besonders tricky. Auch gerade, wenn man jetzt so Internationalkunden hat, dann will man halt die Währung dem einen halt in Euro, dem nächsten in US-Dollar oder das Datum ist in jedem Land unterschiedlich und so weiter. Das wird über diese Renderer gelöst. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel auf diesen Variablenteil gehe, das ist das, was ich vorhin meinte. Hier sehe ich jetzt sämtliche Variablen, die ich eigentlich bisher in meinem Prozess zur Verfügung habe und dann sage, ich möchte jetzt hier die E-Mail einfügen, dann gibt es hier die Möglichkeit, eben die Formatierung für dieses Feld auszuwählen. So, jetzt sind wir auch schon fast fertig. Jetzt würde ich halt diese E-Mail rausschicken. Dazu baue ich jetzt einen E-Mail-Baustein dazu, wo ich jetzt sage, das soll rausgehen an... Ich könnte jetzt hier eine feste Adresse schreiben, kann aber auch eben an jeder Stelle, wo diese blauen Felder sind, eine Variable angeben. Das heißt, diese E-Mail würde jetzt rausgeschickt werden an den entsprechenden Menschen, der das Formular ausfüllt. So, hier das Attachment kommt auch noch dran. Das nenne ich jetzt auch nochmal um. Und jetzt haben wir im Prinzip eine fertige Automation, die am Anfang eben dieses Formular einlädt und dann der Reihe nach die entsprechenden Bausteine ausführt. Wenn ich jetzt hier oben auf Run klicke, wird das Programm gestartet. Man sieht jetzt, das ist vorbelegt mit den Feldern, die ich da eingegeben habe. Und wenn ich Submit drücke, rennt das jetzt los. Und am Ende ist jetzt eben diese E-Mail mit dem Dokument an meinen anderen Account geschickt worden. Wollen wir mal gucken. Da habe ich mich schon mal vertippt hier oben, sehr schön. Okay, also man sieht hier, das ist angekommen und das entsprechende PDF-Dokument mit dem passenden Abschnitt ist jetzt an mich gegangen. Ich kann das Ganze jetzt als App veröffentlichen. Das können wir mal hier gucken. Cloud-Frühstück müsste gehen. Und falls jemand Lust hat, kann er das natürlich jetzt direkt einfach mal aufrufen. Das heißt, hgps www.ultraux.com und dann slash app slash cf und dann würde eben diese Anwendung dann nicht mehr in diesem Editor gestartet werden, sondern von dieser URL, wobei ich dann halt, das kann ich ja mal rausmachen. Im Moment ist es gesichert, dass man halt einen Google-Account braucht, um sich einzuloggen, das mache ich mal weg. Dann müsste das eigentlich öffentlich sein. Okay, es ist jetzt noch mit meinen Daten vorbelegt, was vielleicht nicht so schön ist. Genau. Und was halt ganz nett ist, wenn jetzt irgendjemand dieses Ding aufruft, dann sehe ich halt sämtliche Sachen hier auch. Okay, da hat jemand irgendwas gemacht. Und das heißt, obwohl jetzt dieser Editor hier im Browser läuft, sehe ich halt immer, was sozusagen live passiert. Ich habe hier auch die Möglichkeit, jetzt irgendwelche Breakpoints zu setzen, um dann mir anzugucken, wie sind denn eigentlich meine Daten aktuell und was passiert da. Und als letzten Gimmick wollte ich noch eine Sache, die es halt auch nur bei Ultradox gibt natürlich, dass man halt sagt, ich kann dieses Dokument jetzt auch noch mit einem Google-Cloud-Printer, von einem Google-Cloud-Printer aus ausdrucken. Das heißt, es gibt von Google so ein Produkt, das nennt sich Google Cloud-Print und bestimmte Drucker können halt dieses Cloud-Print-Protokoll. Und das heißt, wenn jetzt jemand hier dieses Dokument noch mal generieren sollte, dann wird, nachdem das generiert wurde, das eben auf diesem Google-Cloud-Printer, den ich eben ausgewählt habe, ausgedruckt. Das ist halt ganz praktisch, wenn man sowas hat wie, man kriegt jetzt Rechnung rein zum Beispiel, die sollen dann direkt beim Steuerberater aus dem Drucker rauskommen. Oder also dafür macht es, sagen wir mal, so in Zeiten des gewünschten papierlosen Büros vielleicht nicht so viel Sinn, aber wir haben zum Beispiel sowas wie so ein Journalistenverband als Kunden in Hamburg. Die machen damit dann halt sowas wie ihre ganzen Presseausweise drucken, dann die PKW-Schilder und irgendwelche Adresslabels, mit denen, die das dann verschicken. Und dafür ist es in der Tat ganz praktisch. Ich rufe das jetzt noch mal hier auf, damit wir das mal sehen können, wie das läuft. Genau, hier rattert das jetzt durch und ich kann einmal gucken, wie sieht das da? Na, hier ist der Cloud-Printer bei mir jetzt in Hamburg im Büro und im Prinzip, sobald, da blinkt es immerhin schon, das ist ein gutes Zeichen, da müsste jetzt halt das Dokument eigentlich gleich rauskommen, wenn ich, wenn das, wenn Google Cloud, der Cloud-Prozess, das dann mal... für die Kollegen oder nicht? Dass da gleich der Drucker losgeht. Ah, ja, ich glaube, das merken die schon. Ja, das... Während wir auf den Drucker warten, vielleicht schon mal die Frage auch in die Runde, wenn ihr gleich Fragen habt, dann könnt ihr euch da ja schon mal... Genau, also ich meine, das war jetzt mal so ein ganz grober Einblick, dass man, es gibt halt sozusagen natürlich sehr viele Ecken, die man genau beleuchten könnte, aber so, ich denke, vielleicht als grober Überblick ist das schon mal ganz interessant so gewesen. Ja, vielleicht Fragen schon mal, soweit? Ja, eine Frage, mit welcher Entwicklungsumgebung wurde Ultradox gebaut? Oder mit welcher Sprache ist das dieses Skript? Ne, also es gibt hier die Möglichkeit, auch Google Apps Script Blöcke zu bauen, wo ich dann wirklich dann mit Google Apps Script mir einen eigenen Baustein baue, da muss man halt andere Methoden implementieren, als das jetzt bei dem Connector der Fall gewesen ist, aber dann kann ich eben diese Sachen auch bauen. Die Anwendung selbst ist sozusagen mit Java auf, läuft auf dieser Google App Engine Plattform. Eine Frage, wie viele Leute haben an dem Ultradox gebaut? Na, wir sind halt zu viert, vier Entwickler und das ist jetzt aber auch, sagen wir mal, auch schon, hat jetzt im Prinzip schon so ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das hat halt... Das wäre meine letzte Frage gewesen, nur dass ich ein Gefühl kriege, die auch. Wie lange hat das gedauert? Na, wir haben angefangen 2012, da gab es halt so einen Google Wettbewerb, den die halt ausgeschrieben haben so und dann haben wir da auch immer in den ersten Preis gewonnen, was ganz gut war, als kleine Anschubfinanzierung sozusagen für die Produktentwicklung und daraus ist das dann sozusagen, damals war es aber wirklich nur der Teil dieser Dokumentengenerierung und der ganze Kram drumherum hat sich eigentlich daraus ergeben, dass wir gemerkt haben, wenn ich meine Dokumente generiere, dann will ich aber auch eigentlich irgendwo Daten herkriegen, um die da reinzutun und so ist es halt, hat sich das dann halt so ein bisschen weiterentwickelt und mittlerweile haben wir jetzt eigentlich so einen ganz guten Stand, wo ich denke, das ist so eine relativ runde, sinnvolle Geschichte, nicht nur jetzt für so Prozesse, die relativ einfach sind, die man als Fachabteilung machen kann, sondern zum Teil eben auch für Entwickler, weil ich kann mir jetzt hier eben so einen Gesamtprozess zusammenbauen und den kann ich dann wiederum, da kann ich dann so Input- und Output-Parameter zum Beispiel definieren und später kann ich das Ganze dann als Rest-Service aus meiner eigenen Umgebung aufrufen. Also das ist, gerade was so was wie Dokumentengenerieren angeht, ist halt eigentlich immer so ein Thema, da will man sich jetzt nicht so wahnsinnig gerne mit beschäftigen, wenn das dann auch noch so Templates sein sollen, die man bearbeiten kann und dann ist das eben auch so, dass viele das einfach nutzen als ein Tool, um bestimmte Services selber sich zusammen zu klickern und die dann aber auch als Rest-Service aus der eigenen Anwendung aufzurufen. Also im Prinzip, das was ich hier jetzt sehe unter API, da kann ich diesen ganzen Prozess auch einfach über eine, ähnlich wie man es bei Google kennt, über so eine gesicherte URL aufrufen und da dann meine Parameter reinschmeißen. Wenn man jetzt einen Curl-Command hat, kann man das einfach dann direkt aufrufen. Habt ihr auch noch eine To-Do-Liste? Immer. Eine stets gefüllte. Habt ihr da spezielle Themen, die priorisiert sind? Ja, also es gibt natürlich immer sowas wie interne Priorisierung und Kundenwünsche, die sozusagen, wo wir merken, die sind halt besonders häufig und dann machen wir halt immer so eine Mixtur aus dem, was eigentlich gemacht werden muss und dem, was halt an Feedback von außen kommt, weil wir natürlich auch immer gucken wollen, dass wir halt auch die Leute bei der Stange halten und im besten Fall auch Leute dazu kriegen. Was kostet das? Es gibt eine kostenlose Version, also hier oben sieht man diese wunderschönen Balken. Okay, das ist jetzt hier meine Demo-Lizenz, da habe ich jetzt beliebig viele Credits mit drauf gepackt, aber es ist so, wir rechnen das ab über sogenannte Credits, das heißt jeder Baustein, den man ausführt, hier rechts, da sieht man, da ist immer so eine Zahl drauf und so viele Credits werden immer verbraucht, wenn dieser Baustein ausgeführt wird. Das ist so ein bisschen auf dem basierend, was wir natürlich an Google zahlen für diese Infrastruktur, auf der das läuft, plus halt Marge, damit wir halt dieses Produkt entwickeln können und los geht es mit den kostenpflichtigen Lizenzen ab 29 Euro für eine Einzelnutzer-Lizenz pro Monat. Und das kostenlose Ding ist so, damit kann man auch einiges machen, allerdings wenn ich PDF-Dokumente generiere, ist da oben immer so ein Ultradox-Logo drauf, damit der Anreiz auch da ist, dich eine kostenpflichtige Version zu kaufen, sagen wir mal so. Hast du ein grobes Gespür, wenn du jetzt diesen, nehmen wir mal an, du hättest 100 Fälle diesen Prozesses, den du jetzt hier skizziert hast, pro Monat? Kannst du da ganz grob sagen, in welcher Range sich sowas bewegen würde? Ja, also man, wir haben halt zum Teil eben, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das irgendwie vielleicht Sinn macht, also es gibt so ein Payment-Anbieter Stripe, ist mittlerweile ein bisschen bekannt, ich weiß nicht, das ist halt so ähnlich wie PayPal oder so, die haben halt sagen, für die haben wir halt so einen speziellen Prozess vorbereitet, womit eben diese Stripe-Kunden dann für ihre Kunden so die Rechnungen mit Ultradox generieren können. Das kann man sich dann da so ranhängen und dann kann man eben für die verschiedenen Länder in den verschiedenen Sprachen Rechnungen bauen und da haben wir das mal sozusagen runtergebrochen, was das dann für diesen Prozess kosten würde, das heißt, für Leute, die halt bis zu 60 Rechnungen pro Monat kann man mit dem Kostenlosen kommen, dann ist das halt so 200 Rechnungen pro Monat, roundabout ist es dann halt mit diesem 29-Euro-Ding, also das hängt natürlich wirklich immer so ein bisschen von den einzelnen Prozessen ab, aber wenn man halt sagt, ich will jetzt nur PDF-Dokumente generieren, dann kann man relativ klar sagen, okay, für 500 Dokumente reicht diese 29-Euro-Variante zum Beispiel. Cool, danke dir. Noch Fragen aus der Runde? Also man kann ja wirklich sehr viel mit Ultradox machen, ganz verschiedene Sachen, zum Beispiel könnten wir auch Arbeitszeiten dokumentieren, dann automatisch Rechnungen generieren. Wisst ihr denn, was so der häufigste Anwendungsfall von euren Kunden ist? Naja, erstaunlicherweise haben wir sehr viele Juristen, oder was heißt erstaunlicherweise, aber es liegt glaube ich daran, dass einerseits, sagen wir, das Gehirn von Juristen relativ ähnlich ist wie das von Programmierern, die kennen das halt so mit so mit so irgendwelchen Verträgen strukturiert zu arbeiten. Oben muss ich hinschreiben, das ist ja quasi wie mit Variablen arbeiten und deswegen ist dieser Fall, dass halt gerade so Anwaltskanzleien ihre Prozesse damit automatisieren, eigentlich würde ich sagen mit am häufigsten. Also ansonsten ist es wirklich sehr, sehr gemischt, quer durch die Bank, auch manchmal ganz interessant zu gucken, was die Leute damit machen. Ist immer so ein, anders als man manchmal denkt, sozusagen. Wenn du gerade sagst, Anwaltskanzleien sind viele eurer Kunden, gab es da auch schon mal irgendwelche Datenschutzbedenken oder so? Ja, ich meine, man muss halt sagen, wir haben halt ungefähr 90 Prozent natürlich in den USA, weil halt Google da viel verbreiteter ist. Diese G-Suite-Geschichten sind gerade bei so kleineren Firmen in den USA wahnsinnig verbreitet. In Deutschland ist das halt für uns eigentlich immer bis jetzt so ein, auch wenn es das Programm jetzt auf Deutsch gibt und so weiter und die Anleitung auch, ist das für uns bis jetzt eigentlich nicht so ein interessanter Markt gewesen. So, das ändert sich jetzt langsam und wir sind jetzt auch dabei, man kann das hier sehen, weil das leider bei Google nicht wirklich vorbereitet ist. Es gibt halt hier sozusagen jetzt eine Version Ultradox EU. Da muss ich dann halt, da genere ich mir dann quasi ein bisschen anderen File-Typen, der halt dieses EU-Icon da hat und da ist dann sichergestellt, dass alle Daten wirklich in dem Frankfurter Rechenzentrum liegen und auch nichts rausgeht. Und wir haben als dritte Möglichkeit auch noch die Möglichkeit zu sagen, wir machen das eine Installation direkt in der Cloud vom Kunden, also bei Google. Das heißt, dann hat man wirklich ein eigenes Projekt in dieser Google-Konsole für Firmen, die jetzt sozusagen größeres Budget haben, aber dafür halt alles unter eigener Kontrolle haben wollen, was die Security angeht. Weil selbst wenn ich diese EU-Version habe, dann landen natürlich die Daten in unserem Cloud-Data-Store sozusagen und das kann man halt durch dieses Deployment beim Kunden selber dann umgehen, dass man sagt, da liegt das dann halt wirklich, da können dann selbst wir nicht mehr auf die Daten zugreifen, sondern das kann halt nur der Kunde. Also das sind so die drei Dinger, mit denen wir versuchen, das mit diesem Datenschutz ein bisschen in den Griff zu kriegen. Super, dann ganz, ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.